Noch Einen? Ihr seid ja verrückt! Ja, ja! Auch wenn ich schon mal da bin, ne? Dann machen wir erst mal so, äh, Hey Du ist ein guter Typ zum Tanzen. Ne? Wenn ihr schon so schön dabei seid. Ich seh ja immer nur so die ersten zwei, drei Reihen. Sind noch alle da, ja? Doch, alle da. Das ist ein gutes Zeichen. Normalerweise hauen immer alle ab, wenn ich gesungen werde. Nein, das stimmt nicht. Also, eins habe ich noch vergessen. Mein Schwesterherz ist heute auch da. Viele haben mich gefragt, ob Annemaus auch da ist. Wo ist denn eigentlich Annemaus? Annemaus! Meine Schwester ist auch hier. Dahinten, ein Bier trinken. Ah, mhm. Da ist Annemaus. Meine Schwester hier. Ich liebe ihn. Hallo! Ja, das ist Annemaus. Viele haben sich hier nicht gesehen. Jetzt wisst ihr, wie es ausschaut. Also, Hey Du. Das ist der absolute Wahnsinn! Das ist der absolute Wahnsinn! Und ich warte auf dich. Sag leise zu mir, denkt sie auch an mich. Alles kann warten, ist einer lang. Bin fertig verliebt. Dann kommt sie vorbei. Dann steht es auf einmal im Magen entzünd. Und sie steht einfach das Kugel vor mir. Nach welchen hast du denn daran gedacht, dass wir beide heute verabredet waren? Hey Du! Es ist der absolute Wahnsinn! Hey Du! Wenn Du an meiner Seite bist! Oh ja! Hey Du! Ich hätte verrückt, wenn Du mich an siehst. Komm, lass uns Liebe. Für uns alles Liebe. Du und ich. Meck und weg, so liebe ich dich. Zeig mir doch heut' ein wahres Gesicht. Ich schalte es nicht mehr lange aus. Jedenfalls komm ich aus wie heraus. Mein erster später zarter Wind. Weiß einfach nicht, was mit mir geschieht. Ich kann nicht mehr schlafen, bin immer nur wach. So zart gediebt, was hast du dich mir gemacht? Hey Du! Es ist der absolute Wahnsinn! Wenn Du an meiner Seite bist! Hey Du! Ich hätte verrückt, wenn Du mich an siehst. Komm, lass uns Liebe. Für uns alles Liebe. Du vor mir. Komm, lass uns Liebe. Komm, lass uns Liebe. Komm, lass uns Liebe. Hey Du! Es ist schön, dass Du an meiner Seite bist. Und ich wünsche mir, dass es immer, immer so bleibt. Hey du, es ist der absolute Wahnsinn, wenn du an meiner Seite bist, hey du, ich werde verrückt, wenn du an siehst, komm lass uns lieben, für uns alles lieben, du und ich. Wow! Dankeschön! Seid ihr noch gar nicht müde? Das ist so geil, das ist so klasse. Also ich habe vorhin gerade in einer Pause mit Thilo gesprochen, der mit seinem Team das ja glücklicherweise alles auf die Beine gestellt hat. Und wir haben beschlossen, dass wir auf jeden Fall versuchen, nächstes Jahr wieder ein Konzert hier, nach Möglichkeit hier, weil es ja wunderschön ist, weil es einfach so nicht geklappt hat und weil so ein super Publikum da ist. Ich hoffe, ihr seid aber in ein paar Stunden, dass wir uns nächstes Jahr wiedersehen, oder? Bravo! Super! Das ist doch fein. Und ich denke jetzt, achso, jetzt habe ich noch einen Titel für euch vorbereitet und zwar...